Du hast dir bestimmt schon mal die Frage gestellt, wie du mit so wenig Kapital wie möglich, so viel Geld wie möglich mit der Börse durch Trading verdienen kannst. Dafür gibt es eine sehr simple und extrem effektive Strategie, die ich dir in diesem Video heute vorstellen werde. Kurze Werbeunterbrechung für unseren Telegram Newsletter, der übrigens kostenlos ist. Der Link ist hier und in der Videobeschreibung. Dort findet ihr nochmal von uns persönlich Trading Ideen, News und weitere Insights zum Thema Trading. Ein Trader ohne Kapital kann nicht arbeiten. Kapital ist für den Trader wie das Flugzeug für den Piloten. Ohne Kapital können wir als Trader keine Gewinne aus der Börse ziehen. Wir brauchen Kapital, wir brauchen Liquidität. Dementsprechend ist natürlich eine ganz ganz häufige Anfängerfrage, die wir auch sehr oft gestellt bekommen. Hey, wie komme ich denn an Kapital? Wie viel Kapital brauche ich, um mit Trading zu starten? Ich kann direkt schon mal vorwegnehmen, es war noch nie so einfach an Kapital zu kommen wie heutzutage. Und Kapital ist wirklich die leichteste Frage auf dem Weg zum Trader, die es zu beantworten gilt. Auf die Frage, wie viel Kapital braucht man als Anfänger zum Traden, antworte ich immer weniger als 100 Euro. Da sind dann ganz viele total geschockt und fragen sich, ach, ich spare hier schon die ganze Zeit für mein Trading Kapital und ich möchte mir Trading Kapital aufbauen und dann fange ich an Trading zu lernen. Das ist in meinen Augen der komplett falsche Ansatz. Trading funktioniert nicht so, dass ich sage, ich nehme jetzt 10.000 Euro, dann kaufe ich mir einen Kurs und dann kann ich aus den 10.000 Euro in einem Jahr 20.000 Euro machen. Das ist das Denken vieler Menschen, die sagen, ich brauche einen bestimmten Kapitalstock und wenn ich den dann aufgebaut habe, dann fange ich an Trading zu lernen und dann fange ich an Gewinne zu erwirtschaften. Das ist ein extrem riskanter Weg, weil ich wirklich direkt die 10.000 Euro, die ich besitze, nehme und sie komplett auf den Markt schmeiße mit meiner bis dato nicht vorhandenen Erfahrung. Und in den allermeisten Fällen, da spreche ich aus Erfahrung, ist es so, dass diese 10.000 Euro dann von den Anfängern direkt innerhalb eines Jahres auf Null mit einem sehr großen Drawdown runtergewirtschaftet werden. Einfach, weil der Ansatz von Grund auf der falsche ist. Es gibt eine viel einfachere Lösung, um sein eigenes Kapital zu schützen und noch mehr Kapital zum Traden zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und bevor ich jetzt erkläre, wie man mit unter 100 Euro anfangen kann zu traden, möchte ich kurz nochmal und bitte jetzt nicht skippen, weil es langweilig ist und ich möchte die Antwort. Ich möchte einmal kurz nochmal drauf eingehen, wie man als Trader starten sollte und wie der richtige Weg eines Traders aussehen sollte, weil das machen wirklich extrem viele Leute falsch. Diese Erwartungshaltung von ich starte an Punkt XY, mache ein bisschen und dann wird das schon, funktioniert nicht. Trading ist ein Handwerk, Trading muss in der Praxis erlernt werden. Und die größten Fortschritte als Trader mache ich eben mit der Zeit, wenn ich verschiedene Marktphasen durchlebt habe. Ein Bärenmarkt 2022 handelt sich ganz anders als ein Bullenmarkt 2023, ein Bullenmarkt 2024. Das sind ganz andere Umgebungsverhältnisse, die ich als Trader aber alle kennen muss, um wirklich mich selber als Profi oder als Fortgeschrittenen bezeichnen zu können. Und dementsprechend funktioniert es nicht zu sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr getradet in 2022, deswegen werde ich jetzt in 2023 genauso erfolgreich das Ganze nochmal wiederholen können. Falsch. Es ist ganz oft so, dass ich dann ein halbes Jahr lang Erfolg habe am Anfang 2022 beispielsweise, sagen wir mal Q4, Q3 2022. Ich war permanent short, ich war gut in Abwärtstrends, aber dann kommt der Boden, dann kommt die Seitwärtsphase und dann kommt der Aufwärtstrend. Und da bin ich dann komplett überfordert mit der Situation und weiß nicht, wie ich jetzt meine Tradingstrategien auf diese neuen Umgebungsverhältnisse anpassen soll. Und da braucht es dann eben die Erfahrung, die ich über Jahre sammeln muss, mindestens 2-3 Jahre sollte man für die Ausbildung zum Trader mitbringen, damit man wirklich mal die klassischen Marktzyklen durchlebt hat. Weil wenn man 2-3 Jahre an der Börse ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man mal einen Bärenmarkt durchgemacht hat, also mehr als 20% Kursverluste in Equities in Aktien und auch dementsprechend bei Forex im Risk-of Währungen und so weiter. Der komplette Markt hat einmal seinen Zyklus durchlaufen, Risk-on, Risk-of einmal durchgeschiftet. Und dann habe ich wirklich mal die Abwärtstrends in den verschiedenen Anlageklassen gesehen. Ich habe die Seitwärtsphasen gesehen, ich habe die Bodenbildungen gesehen und weiß, wie ich entsprechend mit den einzelnen Situationen umgehen muss. Aber das ist einfach etwas, das lerne ich mit der Zeit. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man wirklich so früh wie möglich in die Praxis kommt und so früh wie möglich diese Phasen durchlebt, bevor man dann wirklich anfängt sein eigenes Trading-Kapital zu riskieren. Es gibt einen viel risikoärmeren Weg und den erkläre ich jetzt. Und zwar geht es um sogenanntes Prop Trading. Was ist Prop Trading? Es ist ein ganz einfaches Prinzip, was vor allem in den letzten Jahren sehr populär geworden ist unter Tradern und auch sehr genial ist. Es gibt im Endeffekt eine Prop Trading Firma. Diese Prop Trading Firma sucht nach Tradern, die Kapital vermehren können. Die möchten Kapital investieren in dich als potenziell guten Trader und stellen dir dieses Kapital zur Verfügung. Natürlich wollen sie in irgendeiner Form einen Beweis, dass du auch wirklich ein guter Trader bist. Dafür haben dann die meisten Prop Trading Firmen eine sogenannte Challenge, in der du ein bestimmtes Gewinnziel erreichen musst. Wenn du dieses Gewinnziel dann erreichst, ohne beispielsweise Drawdown-Richtlinien zu verletzen, dann kommst du nochmal in eine Verifizierung, wo du das gleiche oder ähnliche Sachen dann nochmal machen musst. Und dann bekommst du Kapital zur Verfügung gestellt, mit dem du handeln kannst. Und wenn du dann Gewinn auf dieses Kapital erwirtschaftest, bekommst du von diesem Gewinn dann zwischen 80 und 90% je nach Anbieter ausgezahlt. Den Rest behält dann logischerweise der Prop Trading Anbieter. Trotzdem ist Prop Trading der beste und effektivste Weg, um als Anfänger mit so wenig Risiko wie möglich, so viel Gewinn wie möglich zu erwirtschaften. Es gibt diese Challenges, diese Prop Trading Challenges inzwischen schon für unter 100 Euro. Einfach weil auch das Angebot in diesen letzten paar Jahren und Monaten so enorm gewachsen ist. Wir nehmen jetzt mal die größten Anbieter und nehmen dort mal eine 10.000 US-Dollar Challenge. Die kostet in der Regel zwischen 100 und 150 Euro, je nach Anbieter und je nachdem, ob es gerade ein Angebot gibt oder nicht. Das bedeutet, ich setze 150 Euro meines eigenen Kapitals hier at risk, um potenziell 10.000 Euro an Trading Kapital zu bekommen. Nachdem ich mir dann die Challenge gekauft habe, bekomme ich die Möglichkeit, meine Skills als Trader zu beweisen und innerhalb von x Tagen oder bei manchen Anbietern eben auch unbegrenzt, was das Zeitlimit angeht, einen Gewinn von 5%, 8%, 10% zu erwirtschaften. Und wenn ich das dann schaffe, dann bekomme ich wirklich diese 10.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, um damit zu handeln. Und das wirklich Spannende dabei ist, dass ich als Trader hier auch wirklich lerne, bestimmte Regelwerke direkt einzuhalten, die mir in diesem Fall von dieser Prop Trading Firma zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten ist man wirklich nur für sich selbst verantwortlich und niemand schaut einem wirklich über die Schulter. Aber in diesem Fall habe ich wirklich ganz feste Vorgaben, wo ich sehe, okay, ich darf maximal 10% in den Drawdown rutschen. Ansonsten habe ich die Challenge nicht bestanden und muss eben nochmal über meine eigenen Skills nachdenken bzw. meine eigenen Skills erweitern. Und das ist an sich schon ein sehr spannender Faktor, mal ganz davon abgesehen, dass ich, wenn ich das Ganze schaffe, wirklich direkt 10.000 Euro zur Verfügung gestellt bekomme. Wenn ich jetzt diese 10.000 Euro habe, dann bekomme ich nicht einfach 10.000 Euro Cash. Bei den allermeisten Anbietern ist es so, wenn ich ein Konto bekomme, dann darf ich maximal 10% an Drawdown auf diesem Konto erwirtschaften, weil ansonsten wird mir das Konto wieder entzogen. Das heißt, ich darf maximal 1.000 Euro Verlust auf diese 10.000 Dollar erwirtschaften, ansonsten wird mir das Konto wieder entzogen. Auf der anderen Seite darf ich natürlich Gewinne erwirtschaften und die Gewinne auf dem Konto lassen und baue mir dadurch einen Puffer auf. Und erst wenn ich mir einen ordentlichen Puffer aufgebaut habe an Trading-Gewinnen, kann ich sagen, jetzt fange ich an, mir Geld auszahlen zu lassen, mir Gewinn auszahlen zu lassen von den Gewinnen, die ich mir am Ende des Tages erwirtschaftet habe. Also das sind im Endeffekt die Voraussetzungen, die ich vom Prop Trading Anbieter bekomme, die ich bei den meisten Prop Trading Anbietern habe und das ist an sich schon wirklich sehr fair. Es gibt neben diesen 10.000 Dollar oder 5.000 Dollar Challenges auch die Möglichkeit wirklich an 25.000 Dollar zu kommen oder 50.000, 100.000, 200.000. Es gibt inzwischen sogar einige Anbieter, die bieten einige Millionen US-Dollar an Trading-Kapital an, dementsprechend sind natürlich auch die Challenges teurer. Da sind wir dann auch schon im Vierstelling-Bereich, was die Challenges angeht. Aber sollte ich die Challenge dann bestehen, bekomme ich wirklich einen extremen Hebel auf mein eigenes persönliches Kapital mit einem viel, viel geringeren Risiko. Und ich trage natürlich die Verluste nicht. Das heißt, wenn ich auf dieses Kapital, was ich zur Verfügung gestellt bekomme, wenn ich dort wirklich Verlust machen sollte, dann trägt das am Ende des Tages der Anbieter. Wenn ihr die Skills mitbringt, die es benötigt, um nachhaltig traden zu können, ist Prop Trading eine unfassbar geile Möglichkeit, um an extrem viel Kapital zu kommen mit extrem wenig Risiko. Ich könnte zu diesem Thema jetzt noch edig weit ausholen und sagen, dass es beispielsweise die Möglichkeit gibt, seine Konten zu skalieren. Das heißt, wenn ich bestimmte Gewinnziele mit meinem Konto habe, dann bekomme ich immer größere Kontomengen zur Verfügung gestellt. Aber das geht viel zu weit. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, wir haben uns darauf unter anderem spezialisiert, Trader zu Funded Tradern zu machen, dass diese Challenges am Ende des Tages bestanden werden. Niklas, einer unserer Mentoren beispielsweise, gehört derzeit zu den mitunter besten Prop Tradern in der Europäischen Union. Und hat beispielsweise bei FTMO, dem größten Prop Trading Anbieter, schon mehrfach den ersten Platz geholt auf den globalen Ranglisten. Wenn ihr noch mehr wissen wollt oder Fragen habt zu diesem Thema Prop Trading an sich, dann stellt diese Fragen gerne einfach in den Kommentaren. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch unseren persönlichen Prop Trading Favoriten verlinkt. Und ist ein Affiliate Link, mit dem ihr uns kostenlos unterstützt. Außerdem solltet ihr unbedingt in unseren Telegram Newsletter kommen. Der ist auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr immer sehr nützliche News zu Trading Setups, zum Bitcoin, zu verschiedenen Asset Klassen und zum Thema Trading allgemein. Und lasst mich wissen, wie euch das heutige Thema gefallen hat und ob ihr noch mehr zu Prop Trading wissen wollt, beziehungsweise vielleicht nochmal zu spezifischeren Themen, was Prop Trading angeht. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.